Wir sind vorher im Laufe der Jahre auch immer mal wieder gemobbt worden. Das stochende Autoreiten, Behinderungen im Straßenverkehr, verbale Bedrohung, das haben wir die ganzen Jahre über aushalten müssen. Aber das hat eine ganz andere Qualität. Herzlich liebe Kolleginnen und Kollegen der Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt, herzlich willkommen hier in Jammel. Ich sehe, dass in vielen Orten Anwohner unter ganz normalen Nutzen der Grundrechte auf die Straße gehen und letztendlich ihre Grundrechte wahrnehmen. Und dann werden viele, das sagte ich vorhin schon mal im Vorgespräch, wenn jemand gegen diesen Zustrom von vielen Fremden ist, ist er sofort rechtsradikal, Neonazi. Also es gibt Angriffe auf Flüchtlinge und auf Einrichtungen von Flüchtlingen und es werden auch mehr. Trotzdem ist das nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, der so aggressiv eingestellt ist. Viel schlimmer ist das, was in der Mitte der Gesellschaft ist, dass es eben diese Ablehnung gibt und dass also Fremdenangst vorherrscht, weil die Menschen hier nicht... F-U-G's away from here! J-S-O! J-S-T! F-U-G's away from here!